in den letzten jahren gab es echt viele verrückte smartphone gadgets dieses video übertrifft aber noch mal alles der beste controller für eure smartphone spiele er passt fast jedem smartphone liegt extrem gut in der hand und weil er direkt mit dem usb c port eures smartphones verbunden ist gibt es so gut wie keine verzögerung beim zocken wer also gerne spiele am smartphone zockt der wird hiermit zum richtigen pro den link dazu und zu allen weiteren gadgets findest du in der video beschreibung nie wieder verwackelte smartphone videos der osmo mobile 3 ist auf drei achsen stabilisiert und bietet flüssige aufnahmen für jede situation das leichte und kompakte design reagiert in echtzeit auf bewegungen und ist benutzerfreundlicher als je zuvor dies ist zurzeit das mit abstand beste gimbal welches wir testen konnten für alle angehenden smartphone videofilmer ist dieser gimbal ein tolles teil um unverwackelte videos aufnehmen zu können der anker nebula mars 2 ist ein mobiler projektor damit kannst du deine kinoleinwand überall mit hinnehmen und videos schauen mit der eingebauten batterie in dem projektor kann man circa drei stunden mobil videos schauen der projektor ist leicht einzurichten er läuft auf android und hat also seine eigenen apps und kann ohne smartphone verwendet werden selbst in leicht beleuchteten räumen ist der projektor noch gut zu erkennen und man kann seine lieblingsfilme genießen ihr könnt auch videos von eurem smartphone direkt auf dem beamer stream um dort videos oder bilder anzuzeigen mit dem eingebauten 10 watt lautsprecher kommt man dem echten kino erlebnis für zu hause oder unterwegs schon sehr nah wir haben schon viele verschiedene bluetooth lautsprecher vorgestellt der pao audio mo ist aber etwas besonderes er ist ein kleiner lautsprecher der in eure hosentasche passt und dennoch eine ziemlich gute tonqualität hat was ihn so besonders macht sind zwei faktoren zum einen kann er fast überall mit der magnetischen platte befestigt werden sogar am smartphone selbst und der zweite faktor ist dass er zusammenfaltbar ist man kann die membranen vom lautsprecher ausziehen und hat somit durch die vergrößerte membran einen noch besseren ton mit mehr bass wer also noch nach einem kompakten lautsprecher für smartphone sucht der sollte den pao mo mal in der video beschreibung abchecken das nächste gadget sorgt dafür dass er nicht mehr so viele kabel benötigt der auki apt x ist ein bluetooth empfänger sowie ein bluetooth sender mit super langer reichweite zum einen kann man kabelgebundene musik oder audio über bluetooth kabellos machen und versenden sagen wir mal du schaust fernsehen und nutzt deine eingebauten lautsprecher des fernsehers aber der ton davon ist bekanntlich nicht so gut hiermit kannst du nun das kabelgebundene signal kabellos per bluetooth an bis zu zwei bluetooth lautsprecher oder kopfhörer gleichzeitig senden dann kannst du außerdem mit einem knopfdruck den modus wechseln und das gerät zu einem empfänger umwandeln du möchtest zum beispiel von deinem smartphone aus musik auf deinen hochwertigen lautsprecher hören die aber kein bluetooth signal empfangen können dann kannst du dein smartphone einfach mit dem auki apt x verbinden und das gerät per kabel an deine lautsprecher oder hochwertige hi fi anlage anschließen und deine musik dann vom smartphone aus auch kabellos am kabel gebundenen lautsprecher genießen als nächstes haben wir einen kompakten reiseadapter für euch der für alle verschiedenen steckdosen typen auf der welt funktioniert was ihn zu einem genialen smartphone gadget macht sind die vier zusätzlichen usb ports und ein typ c ladeport wenn du also demnächst wieder ins ausland reist und noch einen solch genialen adapter brauchst dann ist dieser adapter wie für dich gemacht wenn man zum sport oder joggen geht hat man oft keine tasche für das smartphone mit der praktischen smartphone halterung die man am arm befestigen kann hat man das smartphone immer bei sich um musik zu hören nachrichten schnell zu antworten oder seine jogging strecke zu tracken das armband mit der handy halterung befestigt man einfach am arm tut das handy rein und schon kann der sport beginnen mit dem mobilen 15,6 zoll 4k touch monitor kann man seinen smartphone in ein tablet oder computer verwandeln einfach mit dem usb c anschluss verbinden somit wird das arbeiten am smartphone mit dem monitor deutlich erleichtert die farben sind klar und der bildschirm ist durch die 4k auflösung super scharf auch zum filme schauen ist der genial und man kann auch unterwegs einen entspannten filme abend genießen dadurch dass der bildschirm total flach ist kann man ihn platzsparen verstauen und ihn überall hin mitnehmen außerdem kann man den bildschirm auch mit einem normalen hdmi kabel verbinden und somit auch den normalen computer oder auch andere geräte mit hdmi port verbinden mit dieser docking station kannst du dein smartphone nicht nur aufladen sondern auch die anschlüsse des smartphones erweitern und an dein smartphone weiteres zubehör per usb anschließen oder sogar den smartphone speicher erweitern oder leeren indem du deine daten auf eine sd karte speichern kannst stecke das smartphone in den hub und schon kannst du zum beispiel mit angeschlossener maus tastatur und monitor dein smartphone wie einen computer verwenden wenn du die virtual reality erfahrung für einen günstigen preis erleben möchtest dann kannst du diese vr brille für dein smartphone kaufen einfach das smartphone in das vr headset schieben und aussetzen dann kann es losgehen mit vr videos oder sogar vr spielen sowohl für android und iphone gibt es viele geniale vr spiele in den app stores mit denen man stundenlang zeit verbringen könnte wer also gerne mal virtual reality ausprobieren möchte der kann dies hiermit für einen günstigen preis tun der akku ist leer und keine steckdose in sicht mit der 30.000 milliampere powerbank kannst du bis zu vier geräte gleichzeitig unterwegs laden der 30.000 milliampere große akku reicht echt lange für mehrfache smartphone ladungen das heißt ihr könnt euer smartphone oder tablet mehrfach unterwegs aufladen und habt somit für mehrere tage genug akku unterwegs integriert hat die powerbank auch eine led taschenlampe wodurch sie auch perfekt fürs camping oder den zelturlaub gemacht ist welche der smartphone gadgets ist dein favorit und welche gadgets holst du dir schreib es uns in die kommentare lasse jetzt ein abo da um keine neuen videos mehr zu verpassen wenn dir das video gefallen hat dann gebe dem video auch einen daumen rauf und teile das video mit deinen freunden habe noch einen schönen tag und bis bald